Oh, das macht so einen Spaß. Eins solltet ihr wissen, all eure Muttis haben euch lieb. Ja, sogar deine hatte ich lieb. Ich schleiche mir jetzt raus. Ich will auch was umhauen. Achso, deswegen haben wir es bekommen. Niemand. Er, nicht er. Für was war das Ausrufezeichen? Lass uns heute hier bleiben. Irgendwo müssten wir einen Schlüssel haben. Manchmal bin ich einfach zu gut für dieses Spiel. Bleib draußen! Flichtiger Gegenstand, ja, ja, wuuu. Bye Dad! Ich gehe eine Frau mit dem Schwanzhaut besuchen. Haha! Keine Angst, vor mir steht Captain Diabetes! Ja, ein wachhaltiger Gentleman mit Super Diabetes Kräften. Einst war ich ein stinknormaler Grundschüler, doch dann hat ein Laborunfall aus meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht. Okay, Sidekick, es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach! Ich habe gerade gesehen, dass mein Bild noch ein bisschen verzerrt ist. Aber jetzt ist es wunderbar. Captain Diabetes. Guter Mann. Guter Mann. Auch ein sehr schöner Name. Ich hatte gleich mit dem neuen Partner. Captain Di. Wie? Blöde Schlampe! Wie gefällt dir das? Ich bin Captain Diabetes und das ist mein treuer Sidekick. Oh, okay. Macht mal Platz, ich muss mir noch ein paar Bierchen holen. Tut mir leid, aber in diesem Zustand können Sie nicht Auto fahren. Ich bin quasi nüchtern, okay? Ich bin jetzt Randy verprüfen. Hey, gib mir mal einen Schlüssel! Das wäre unverantwortlich. Mir geht's gut, okay? Guck mal, warte. Schlüssel. Mir geht's gut. Okay? Meinen Schlüssel, bitte. Wir können ihn morgen wieder haben. Gib mir den scheiß Schlüssel, du Kapratzer! Pssst. Oh, Captain Diabetes. Und cooler Kevin gegen Randy, dem Säufer. Okay, das schaffen wir. Du willst es drauf anlegen? Na gut! Schnapp ihn dir! Jetzt hätte ich fast alles verschüttet. So, das macht 64 Schaden, das macht 32 Schaden. Wir könnten aber erst mal machen, damit er schwerfälliger wird. Das ist ziemlich gut. Das war wirklich am meisten Schaden, ne? Oh, das war richtig schlecht. Ah, fuck! Das war really, really bad. Und jetzt hauen wir ihm richtig aufs Maul. Und? Ja. Warum so ein Spektros, Bro? Randy verlangsamt. Und geschockt. Warum kämpfen wir nochmal? Ich hab deine Schlüssel! Was? Ohne hinzufallen? Wow! Ich bin immer noch voll geladen! Wir machen jetzt mal den hier, damit wir mit dem anderen dann, äh, eingreifen können. Die Schlüssel von den anonymen Alkoholikern! Ich mach sie fertig! Hm, müssen wir den machen aber. Es schadet ja nie, andere Eingriffe auszuprobieren. Ich hab nen Schild! Wow! Das ist ziemlich cool! Hat jemand zufällig meinen Schlüssel gesehen? Ich hab ihn konsistiert, Sir! Ich bin nüchtern, okay? Ich bin... Okay, okay! Jetzt bin ich nüchtern! Morgen gegen elf sollten Sie nüchtern genug zum Autofahren sein! Irgendwo ist es... Ich möchte... Wir hauen ihn jetzt mal richtig schön auf... 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 Die Eier! Der Schlüssel bleibt bei mir und damit passt das! Captain Diabetes und seinen Sidekick ist keiner gewachsen! Captain Diabetes? Guck mal, was er so kann. Bestimmt Candy Rain oder sowas. Oh, das ist geil! Ja, meine Frau braucht... ...damensagen, also... So was lieb, alle schauen! Genau sowas! Hm, das ist ja geil! Captain Diabetes ist ja wahr! Was? Hätten wir jetzt irgendwas hören müssen? Ich zeig Ihnen, wo der Hammer hängt! Ich schwöre! Ich schwöre! Ich schwöre, dass ich noch Auto fahren kann! Was soll ich denn jetzt machen? Ich komm da ja nicht ran! Ich komm da ja nicht ran! Ich schwöre! Ich schnapp mich wieder! Ich schwöre! Oder doch?! Also Randy, das Alkoholproblem, das ist schon immer da gewesen, aber wir haben das geschafft! gefäß mit von bier und 23 pennys weiß doch nicht wie er davon sich hätte bier kaufen wollen aber die pflicht ruft ja ja wir haben jetzt ein 40er artefakt bekommen und das ist ja gewechselt ganz klar und schon haben wir 71 macht die wir das jetzt nicht durch weil ich einfach prügeln möchte damit haben wir das problem von rentier auch Können wir ja wieder in die Garage gucken. Der war auch besoffen. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, ne? Jo. Alright, da kann man ja morgen Randy Bescheid sagen, dass er ein massives Alkoholproblem hat, was natürlich abstreiten wird. Und dass er jetzt seinen eigenen Wagen zerstört. Ich dachte, wir sollen durch sein Verst... Halt nicht. Und jetzt? Geh mir hoch, oder was? Geh einfach nach oben, Zeitkick. Zeitkick. Die Abkürzung ist auf dem Dachboden. Wir haben dir erlaubt, sie zu benutzen. Wenn ich zu hohen Zucker hab, werde ich sehr wütend und sehr stark. Sehr gut, Zeitkick. Auf dem Dachboden waren wir ja noch gar nicht. Ich weiß noch nicht, wie das eine Abkürzung sein soll, aber... Ich will jetzt hier ein kalt Geheimversteck. Die Fünste machen mich wütend. Der Kuhn sagt, meine Mama hat nach meiner Geburt gefurzt. Und deshalb habe ich Diabetes. Hm. Die Abkürzung führt durch Fenster. Wenn ich ein Geheimversteck hätte, würde ich ein bisschen mehr putzen, wenn ich Supergäste... Super Arbeit, Zeitkick. Diese Abkürzung führt uns direkt und erst von Downtown South Park. Diamond. Bin ich gespannt, aber... Komm schon, Zeitkick. Keine Angst. Mal gucken. Der furchtlose Held ist ein Zeitkick. Alles klar. Wir müssen ins Peppermint Hippo. Auf zum Steckplatz. Äh... Und der ist... Ganz genau. Wir folgen ihm einfach. Nicht vergessen. Immer Parkwand kaputt machen. Alles stinkt besoffen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Uh. Uh. Geh schon mal vor. Ich komm gleich... Geh vor. Ich komm gleich nach. Geh... Oh Mann, der lässt mich nicht mal mit... Ja, Leiner. Ich bin in Brownem County. Einfach die beste Band der Welt. Und den würde ich nicht ganz schlapplegen lassen. Also, ich muss... Äh... Oh Gott, a spinn. Ich muss pissen. Mein Zucker-Torn ist hier genau das Richtige. Was? Was geht los? So viel Zucker. Aaaaaah! Hm-hm. Oh Gott, das war zu viel. Und jetzt bin ich wieder der Alte. Wie du siehst, habe ich die Kontrolle über meinen Diabetes perfektioniert. Oh, Tierlager! Diabetes ist eigentlich nicht witzig. Und gerade mit Insulin sollte man nicht scherzen. Aber es wird schon ziemlich auf die Schippen genommen. Guck mal, was hier ist. Na, wie Walzer. Oh Gott, das will. Können wir das auch machen? Kommen wir gar nicht ran, okay. So, Peppermint. Hier werden wir die Frau finden. Mach dich auf unappetitliche Gestalten und den Haut und Titten gefasst. Komm, lass uns reingehen. Ist das nicht das Gleiche? Höhöh. Echte Liebe existiert nur und dann mehr. Hey, kommt wieder, wenn ihr volljährig seid. Tipp zur Seite, Bürger. Ich bin Käpt'n Diabetes. Ich muss mit den Ladies da drin reden. Macht eine Fliege, bevor ich euch rausschmeiße. Hm, was soll ich tun? Zucker nehmen. Hey, jetzt verpisst euch endlich. Hey, labern könnt ihr auch draußen. Ich hab gesagt, verpisst dich. Ja, ich sei einfach ruhig. Was könnten wir hier machen? Irgendwas runterschießen? Können wir den provozieren? Geile Titten und ihr seid zu jung dafür, also verpisst euch. Nein. Diese zuckersüßen Titten dürfen sich nur Volljährige reinziehen. Kommen wir irgendwie anders rein? Warum folgt der mir jetzt? Alles klar. Über die Weinbar? Bitte was? Gut mitgedacht. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Oh, natürlich. Zur Seite, Sidekick. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Wuaah. Bitte. Das ist nicht gesund. Das macht euch kaputt. Ich möchte jetzt nicht kacken. Ich muss mich verschwinden. Gesundheit. Check das drin. Wow, da hast du einfach Bauteile. Und da muss das Ganze in alle rüsten Sachen brechen. Ja, ja. Come on. Mama told me. One day I'mma grow up big and I'mma be your king and my papa told me. It's okay to see where shit hurts. Don't forget your dreams cause they'll get you through this. So call it like the coin living but I call it strange and I bet I'll do it. Cause I'm on my way and strong enough that I'll shit the burn. Hey, Mr. Sunshine.